Ich benutze die Crypto.com App und natürlich auch die Karte mittlerweile seit ungefähr sechs Monaten und ich möchte dir ganz kurz ein Update geben und einen Statusbericht, was ich von der Karte aktuell so halte und auf welche Dinge verzichtet werden können. Und damit erstmal ein herzliches Hallo, ich hoffe du bist wunderbar an diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Du kannst dich übrigens auch gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung anmelden. Dann bekommen wir beide 25 US-Dollar in Form von Crore ausgeschüttet. Wenn du dir die Ruby-Steel-Karte holst, was das genau ist und wie das Ganze funktioniert, darüber werden wir jetzt in Ruhe sprechen. Es gibt mittlerweile auf CoinMarketCap ungefähr 18.400 verschiedene Kryptowährungen, die hier gelistet worden sind. Wir sprechen von einer Gesamtmarktkapitalisierung von über 1,9 Billionen US-Dollar, ein unglaublich hoher Wert und dennoch macht der Bitcoin, wenn es um die Marktdominanz geht, also um die Marktkapitalisierung ungefähr 41,8% aus. ETH 18,6. Wir wissen, dass viele verschiedene Kryptowährungen und Projekte initiiert worden sind, die unglaublich viel Potenzial mit sich bringen, weil sie eben Utility bieten, weil sie also in einem bestimmten Anwendungsbereich unterwegs sind, wo Probleme gelöst werden. Und hier greift Kronos bzw. Crow relativ gut. Aktuell der Coin auf Platz 18 mit 42 Cent pro Stück. Und wir sprechen hier von einer Marktkapitalisierung von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar. Crow ist ja der native Coin und es geht dabei vor allem um die Plattform Crypto.com. Crypto.com hat sich bereits in der Vergangenheit, und das werdet ihr sicherlich alle schon wissen, vor allem einen Namen gemacht, weil sie eine Visa-Card auf den Markt gebracht haben, wo wir quasi Cashback für jede einzelne Transaktion bekommen. Aber sie sind mittlerweile auch in anderen Bereichen unterwegs. Natürlich haben sie ihre eigene Exchange. Sie haben natürlich auch ihre DeFi-Wallet-App. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, über zum Beispiel Earn hier seine Bestände aufzubauen oder eben auch NFTs zu kaufen und diese zu handeln. Ich möchte jetzt erst einmal vor allem auf das Thema Visa-Card eingehen, denn das ist, glaube ich, der wichtigste Markt für die Plattform, wobei sich das vielleicht in der Zukunft noch verändern wird. Wie ihr sicherlich in der Vergangenheit schon mitbekommen habt, bin ich mittlerweile schon seit einigen Monaten dabei. Um genau zu sein, habe ich im Oktober angefangen, letzten Jahres mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe mir dann die sogenannte Midnight-Blue-Karte geholt. Hatte 1% Cashback, musste aber auch keine Investitionen tätigen. In dem Moment, wo ich dann aber gemerkt habe, dass diese 1% zwar nett sind, aber ich ganz gerne doch ein bisschen mehr haben möchte und eben auch mein Spotify-Abo abgedeckt haben möchte, habe ich mich dann dazu entschieden, 350 Euro in Crow hier zu staken und dafür eben die Ruby Steel bekommen. Wenn du dich, wie gesagt, über den ersten Link in der Videobeschreibung anmeldest und dir diese Ruby Steel-Karte holst, dann bekommen wir 25 Dollar pro Person, die wir dann zur freien Verfügung haben. Wenn du irgendwelche Fragen allgemein übrigens zu der Karte hast, dann kannst du die gerne unten in den Kommentaren mal stellen und dann diskutieren wir gerne darüber. Bei der Karte ist es dann so gewesen, dass ich also 350 Euro eingezahlt habe, Crow gekauft habe und dann gab es einen Upgrade-Knopf, um quasi die Newsture-Karte zu bekommen und dadurch wurde mir dann quasi eine 2% Reward oder Cashback-Funktion mit eingebaut und ich konnte eben, wenn ich die Karten-Details bei Spotify hinterlegt habe, auch noch 100% Refund bekommen, bis zu einem Preis von 13,99 Dollar und das nutze ich tatsächlich auch jeden Monat immer noch. Nach einiger Zeit habe ich mich dann dazu aber entschieden, zu der Royal Indigo und Jade Green Card zu wechseln. Ich habe mich für die Jade Green entschieden. Das ist optional, welche Farbe ihr haben wollt, je nachdem, welche euch besser gefällt. Dafür wurden dann 3.500 Euro investiert in Crow und auch hier wurde wieder auf diesen Upgrade-Knopf gedrückt. 3% Cashback bekomme ich gerade auf jede Transaktion und auf der anderen Seite bekomme ich weiterhin für mein Spotify-Abo bis 13,99 Euro, weiterhin meine Refunds und zusätzlich, und das finde ich super, eben auch für Netflix 13,99 Euro im Monat. Das wird wirklich jeden Monat ausgeschüttet, in dem Moment, wo quasi die Buchung über die Karte abläuft. Ich muss natürlich die Karte decken, weil es eine Debit-Karte ist. Und mittlerweile komme ich so auf ungefähr 72,24 US-Dollar an Cashback, die ich über die gesamte Zeit oder beziehungsweise umgesetzt habe. Sicherlich bin ich nicht der aktivste Nutzer in dieser Hinsicht. Das ist aber sicherlich auch so ein bisschen der Phase geschuldet, in der wir uns gerade befinden. Davor hatten wir noch eine Pandemie. Jetzt haben wir geopolitische Spannungen und zum Teil auch einige Hamsterkäufer, wodurch also viele Waren da nicht mehr verfügbar sind. Das habt ihr aber sicherlich alle mitbekommen. Mein Ziel dieses Jahr wird sein, die nächsthöhere Karte zu organisieren, die Frosted Gold oder die Icy White, je nachdem, welche ich besser finde. Dafür sind aber 35.000 Euro notwendig. Das ist schon ein ziemlicher Batzen und dafür muss ich auch monatlich einiges von meinem Kapital zurücklegen, um das überhaupt erreichen zu können. Ob das klappt oder nicht, ist auch stark davon abhängig natürlich, ob der Coin sich entwickelt und ob wir hier zum Beispiel in Zukunft nochmal einen Dollar sehen. Dann kommen, glaube ich, viele von uns sehr nah an dieses Ziel heran. Aber natürlich ist das trotzdem sehr weit und wir wissen ja, dass das All-Time-High hier bei ungefähr 90 Cent lag. Das heißt also, wir müssten quasi noch deutlich stärker als das All-Time-High performen und das ist natürlich keine so einfache Sache. Deswegen ist das auch nur erst einmal ein Wunsch, ob das dann passiert oder nicht. Das werden wir herausfinden. Was ich in diesem Kontext zu sagen habe, ist zum einen, dass ich innerhalb von einer Woche oder ungefähr ein bis zwei Wochen die Ruby Steel bei mir zu Hause hatte. Die wird dann mit der Post aus England verschickt, dann aber von dem Ruby Steel auf das Jade Green Update. Da ging es dann doch etwas langsamer vor sich, denn hier habe ich über sieben Wochen warten müssen. Es hat geholfen, das habe ich auch von anderen von euch mitbekommen, den Support einfach mal anzuschreiben und denen zu sagen, hey, was ist mit meiner Karte? Ist da vielleicht irgendwas schiefgelaufen? Und dann ist diese Karte innerhalb von ein bis zwei Wochen dann tatsächlich bei den meisten angekommen. Außerdem bin ich ein großer Freund davon, die physische Karte zu besitzen. Das habe ich dann eben auch gemacht. Ihr müsst ja sowieso nach dem Upgrade mit dem Support sprechen, wenn ihr eben diese physische Karte haben wollt und dafür müsst ihr einmalig 50 US-Dollar investieren oder 50 Euro in dem Fall bei uns und dann bekommt ihr quasi die physische Karte zugesendet. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr nur digital Transaktionen darüber abwickeln wollt, nur die digitale Karte verwenden. Das funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Wichtig ist hierbei aber auch zu beachten, die digitale Karte wird quasi überschrieben in dem Moment, wo ich die physische bekomme, denn die beiden Karten haben unterschiedliche Kartennummern und ihr müsst dann quasi zum Beispiel bei Spotify und bei Netflix oder vielleicht auch irgendwann bei Amazon Prime und so weiter die neuen Karten-Details hinterlegen. Das ist wichtig zu beachten. Das bekommt ihr aber dann relativ schnell mit, wenn ihr dann vielleicht Transaktionen abschließen wollt. Und gerade die physische macht natürlich total viel Sinn, wenn man tanken geht, wenn man einkaufen gehen muss, wenn man mal gerne ins Kino gehen möchte. Es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Überall, wo Kreditkarten angenommen werden, da hat meine Crypto.com, Jade Green Card auch immer funktioniert und das macht extrem viel Spaß, nicht nur permanent in Echtzeit, in dem Fall also Kapital zurückzubekommen, in dem Fall 3% auf die Kaufsumme, sondern damit eben auch immer mehr Bestände aufzubauen. Und diese Bestände können dann zum Beispiel in Crypto.com Earn investiert werden. Das muss man nicht machen. Das ist optional. Wenn man das macht und hier 10.000 CRO investiert, dann bekommt man zusätzlich für eine Transaktion, zum Beispiel mit einem Freund oder der Freundin, bis zu 5 Dollar pro Monat nochmal zurück. Also auch hier nochmal 60 Dollar im Jahr. Und auf der anderen Seite gibt es dann hier nochmal Prozente. Heißt also, wenn wir hier investieren, über einen definierten Zeitraum, Flexible bis einen Monat, können wir hier einige sehr, sehr spannende Benefits noch mitnehmen. Und zwar ist es zum Beispiel so, wenn wir hier in dem Fall Kronos nehmen und im Flexible bleiben und kein Stablecoin, dann kriegen wir immerhin noch 2% APY. Wenn wir dann auf einen Monat gehen, 4% und drei Monate 6%. Wenn wir aber zum Beispiel einen Stablecoin wie USDC nehmen, dann kommen wir hier schon auf über 10%. Aber das ist natürlich auch nochmal steuerlich ein eigenes Thema, das man eben zu beachten hat. Das ist nur eine Option, um das Kapital eben anzulegen und so dann eben auch noch passives Einkommen zu generieren. Für alle weiteren, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, bietet Crypto.com natürlich noch eine weitere Funktion und zwar das sogenannte DeFi Wallet. Dafür müsst ihr aber eine gesonderte App runterladen und die beiden Konten miteinander verknüpfen. Dann könnt ihr quasi auch nochmal in verschiedene Assets investieren oder zum Beispiel auch einige andere externe Apps benutzen. Hier wird zum Beispiel mit Crow und 16% geworben. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass ihr quasi eure Bestände einem Pool zuweisen müsst und wenn ihr diese dann ausgezahlt haben möchtet, nochmal 28 Tage warten müsst, bis ihr dieses Kapital wieder verwenden könnt. Also hier ist man weniger flexibel, kann aber auf der anderen Seite mit höheren Raten tatsächlich um die Ecke kommen und so natürlich auch nochmal schneller das eigene Crow-Geschehen etwas beschleunigen und so auch größere Bestände aufbauen. Eine Frage, die ich häufig bekommen habe, ist, wie man dann eigentlich die Crow-Card oder die physische oder digitale Card, das spielt ja gar keine Rolle, letztendlich bei Apple Pay oder bei Google Pay oder bei Samsung Pay mit einbauen kann und dafür kannst du gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung dich anmelden auf Curve, denn Curve ist ein englisches Unternehmen, was quasi eine Kreditkarte ist, die ich quasi mit allen anderen Kreditkarten, die ich so besitze, kombinieren kann. Heißt also, ich habe eine Curve-Card und da eben auch die ID, die ich dann hinterlege und diese ist eben auch ohne Probleme mit, wie wir es auch sehen, Google oder Apple und so weiter eben kompatibel und wir können hier eben auch Apple Pay benutzen und wenn ich diese Karte hinterlege und dahinter dann quasi die Crow-Card, dann kann ich auf einmal mit Apple Pay ohne Probleme agieren. Man muss auch keine Abos oder ähnliches hier abschließen. Es geht einfach nur darum, dass ich quasi meine digitale oder physische Karte, je nachdem, wie ich das haben möchte, dann über Apple Pay oder Google Pay nutzen kann und so natürlich auch die physische Karte dann zu Hause lassen kann, viel flexibler bin oder vielleicht sogar gar nicht die physische Karte bestelle bei Crypto.com und damit nochmal die 50 Euro einspare. Eine super Sache, die ich erst vor einigen Wochen kennengelernt habe, seitdem aber auch fast täglich benutze und absolut davon überzeugt bin. Mittlerweile ist Crypto.com so groß, dass sie natürlich auch unglaubliche Partnerschaften haben. Da geht es vor allem um Long-Term-Themen. Es geht um Marketingarbeit und das sollte man eben nicht aus dem Blick verlieren, denn Crypto.com ist zum Beispiel Namensinhaber von der Crypto.com Arena, von zum Beispiel der Formel 1, wo sie sich mit eingekauft haben. Sogar ein komplettes Rennen von ihnen gebrandet worden ist in diesem Jahr. Sie sind Partner der UFC, von Paris Saint-Germain, von Aston Martin, in der Formel 1, von der Serie A, der italienischen Fußballliga und im E-Sport auch aktiv. Also gerade Long-Term gesehen ist das schon eine ziemlich große Roadmap, die sie aufgebaut haben, beziehungsweise große Partnerschaften, die sie aufgebaut haben, um ihre Roadmap überhaupt umzusetzen. Und ich denke, hier werden wir in Zukunft noch alle möglichen Informationen also bekommen. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, dass Crypto.com, gerade wenn es um das Thema Payment geht, einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht hat. Hier gibt es sicherlich noch viele Sachen, die verbessert werden können, die nicht ganz und optimal laufen, aber sie sind auf dem besten Weg, zu dem absoluten Marktführer in diesem Segment zu werden. Und da ich wenig Probleme mit dieser Karte hatte, kann ich sie jedem an... Über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dich also gerne anmelden, dir das Ganze in Roma angucken und mit der Midnight Blue ohne irgendwelche Kosten anfangen herumzuprobieren. Ich habe ansonsten natürlich auch nochmal einen vollständigen Guide aufgenommen, wo du dir alle möglichen Benefits angucken kannst. Nach sechs Monaten ist es aber immer noch so, dass ich absolut begeistert von der Karte bin und auch ohne diese gar nicht mehr unterwegs sein möchte. Doch wie ist deine Erfahrung diesbezüglich? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.